Freunde, was geht ab? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum letzten Teil meiner Top 20 Games des Jahres 2020. Freunde, ich freue mich gerade. Ich habe mir nämlich nochmal jetzt vorweg so ein bisschen meine eigenen Fazits reingezogen zu den Spielen, um mich nochmal so ein bisschen zu erinnern, wie fand ich das eigentlich vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen. Je nachdem, man weiß ja nicht, welches Spiel jetzt hier vorkommt. Und ey, alter, geil, 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 geile Games am Start. Ihr seid am Start, was mich natürlich auch freut. Vielen Dank für das Feedback auf die letzten vier Folgen, meine ich. Und auch hier, Freunde, gerne eine Bewertung da. Wenn ihr das Format feiert, viele von euch sind ja schon seit Jahren dabei, lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da und schreibt gerne nochmal zum Finale von mir aus auch gerne eure komplette Liste nochmal rein, was sind für euch die besten Spiele des Jahres 2020. Ja, auch wie gesagt, schon bei den letzten erwähnt, das ist meine Liste. Ich habe nicht alles gespielt, da ich zum Beispiel schon die ganze Zeit, wie geil Hades sein soll. Habe ich auch noch nicht gespielt, das ist auch mal erwähnt. Hades, vielleicht wäre das bei mir auch in der Liste, denn ich finde eigentlich solche Spiele ganz geil. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel Dead Cells gespielt, der ist ja schon ein paar Jahre alt, aber ist ja auch so ein Roguelike-Game und das fand ich zum Beispiel richtig geil. Und ja, ey, Freunde, ich habe einfach richtig Bock auf geile Games und ja, in diesem Video sind auf jeden Fall für mich die besten Spiele des Jahres. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier ewig rumquatschen, fangen wir an mit dem Titel, der es nicht in die Top 3 geschafft hat, ganz, ganz knapp. Wieder ein Remake, Freunde. Und Platz 4 ist bei mir Demon's Souls Remake für die PlayStation 5. Das wohl einzige, wenn ich mal so richtig überlege, ich weiß nicht, also auf jeden Fall das größte exklusive Next-Gen-Spiel auf den neuen Konsolen. Ja, Godfall ist auch Next-Gen-Exklusiv, gibt es aber auch für den PC. Demon's Souls haben wir und es ist natürlich tausendmal besser als Godfall, da wollen wir gar nicht drüber rumreden. Demon's Souls Remake, Alter, Freunde. Was soll ich dazu sagen? Wer die Souls-Reihe liebt und vielleicht den Teil noch nicht gezockt hat, zockt es. Zockt es, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr den PlayStation 5 bekommen könnt oder eine habt und ihr seid noch nicht so entschlossen. Ah, ist es vielleicht zu hart, ist es vielleicht zu krass, ist es zu verumfangreich. Nein, das ist genau der richtige Einstieg. Wir haben hier eine wirklich extremst geile Optik, finde ich. Gerade so die Feuer-Partikel-Effekte, ja, einfach, ich muss ehrlich sagen, gerade so das Zaubern zum Beispiel, ja, das mit dem Zauberstab, diese Effekte, ja, die da durch die Gegend ballern, das Feuer vom Drachen und so, sieht sehr, sehr geil aus. Das Design ist immer noch zeitlos, ja, das Design ist die Aufmachung des Spiels, die, ähm, das Level-Design, der Level-Aufbau ist einfach immer noch überrangend. Aus der heutigen Sicht, wenn man so die letzten Jahre immer wieder ein paar neue Souls-Games gezockt hat, wenn man alle Souls-Games durchgesockt hat, äh, Bloodborne gespielt hat, bei Sekiro richtig auf den Sack bekommen hat, dann muss ich es auch sagen, also, wie gesagt, für Neuansteiger, es ist wirklich ein cooles Spiel, es ist nicht so schwer, es ist wirklich, vielleicht ist es auch durch die Erfahrung, die man jetzt so die letzten Jahre sich, äh, angeeignet hat, aber ich finde, ich finde Demon's Souls nicht so krass schwer aus der heutigen Sicht, ähm, dementsprechend, also für Neuansteiger, wenn ihr irgendwie die ganze Zeit am Zögern wart, zockt Demon's Souls. Es ist einfach so geil, vor allem, wie gesagt, der Level-Aufbau, das Feeling, durch die Gegend zu laufen, durch die, durch die Level sich zu kämpfen, die Möglichkeiten, die ganze Zeit neue Waffen zu finden, neue Waffen, äh, auch aufzuleveln, so wie man Bock hat, und, ähm, was soll ich euch sagen, es ist halt, es ist halt Demon's Souls, damit hat die ganze Sache angefangen, das ist der Vater von diesem, von diesem Hype der letzten 10 Jahre, wo viele Spiele das kopiert haben, mal mehr, mal weniger gut, und, ähm, ey, Demon's Souls Remake. Wie gesagt, das einzige richtige, krasse Sony Next-Gen-Spiel, was es nur für die PlayStation 5 gibt, und, ähm, ey, mir hat es Spaß gemacht, ich habe ein paar Videos dazu gemacht, es war einfach zu viel, es kam einfach zu viel, und so viele umfangreiche Spiele raus, weil ich hätte es ansonsten ein bisschen weiter noch auf YouTube gezockt, ich habe es privat noch ein bisschen weiter gezockt, ich bin noch nicht durch, jetzt, wo ich, äh, Assassin's Creed und Cyberpunk durch habe, vielleicht werde ich jetzt mal privat weiterzocken und durchzocken, vor allem, denn, äh, ja, die ersten Monate nächsten Jahres kommt eigentlich gar nichts raus, ey, aber Demon's Souls für Neuansteiger auch auf jeden Fall zu empfehlen, richtig geiles Game. Ja, Freunde, und damit kommen wir zur Top 3, auch ein Spiel, was seinen Ursprung in Japan hat, Final Fantasy 7 Remake, auch wieder ein Remake, ja, das ist irgendwie so das Jahr der Remakes, ähm, wird vielleicht nicht bei dem einen oder anderen von euch weit oben dabei sein, oder vielleicht auch gar nicht, ich meine, nicht jeder ist ja Fan von dieser japanischen Kultur, so auch im Videospielbereich, ich meine, viele von euch lesen bestimmt Mangas und gucken Animes und so weiter, aber Japano-RPGs ist vielleicht nicht jedermanns Sache, glaube ich, dann kann ich, ich denke mal schon, aber Final Fantasy 7 Remake, Freunde, für mich ein überragend geiles Game, unfassbar, unfassbar fette Optik, megacooles Kampfsystem auch, ja, klar, ein bisschen tiefer wäre noch mehr gegangen, aber diese Mischung aus Action und auch pausierendes, also Action, Gameplay, aber auch so ein bisschen taktisch überlegen, auch das Befehligen der Charaktere und, ähm, übrigens Charaktere, ja, also, wir haben mit, wir haben Cloud einfach einen sehr, sehr coolen Typen, wir haben diesmal auch deutsche Sprachausgabe, die ich sehr gelungen finde, eigentlich auch, Barrett haben wir mit dieser typischen Grummelstimme, der, äh, der Typ, der ja auch Kratos spricht, überragender Synchronsprecher, wir haben Tifa, ich weiß nicht, Alter, ich glaube, das Tifa ist, glaube ich, ähm, Waifu des Jahres, Alter, das Tifa ist, äh, unfassbar cool und auch Aerith ist cool und, ähm, ich, für meinen Teil, ich hab das ja auch im Let's Play gesagt, ich hab das Original damals nicht gespielt, es war so ein bisschen, äh, da war ich noch zu jung, ich hab's auch nie, nie, niemals nachgeholt, obwohl ich immer Bock hatte, und, ähm, mein Einstieg bei Final Fantasy war eher so mit dem 10. Teil, dann aufwärts eigentlich alle Spiele mitgenommen und, hier mit dem Remake konnte ich dann auch mal die Story erleben, zumindest bis zu dem Anfang, ja, weil das, wir befinden uns bis zum Ende des Spiels, und es geht 25, 30 Stunden, das Spiel, äh, vor allem auch, wenn du die Nebendis mitnimmst, äh, sind es eigentlich vom Original so, ist eigentlich die ersten paar Spielstunden, aber hier haben sie es richtig geil aufgezogen, es ist nicht perfekt, ja, es ist nicht perfekt, ich hab's auch im Let's Play gesagt, und aus der heutigen Sicht, würde ich immer noch sagen, dass einige Levels sich richtig scheiße, langweilig, äh, spielen lassen, und da gar nichts passiert, ich meine, alleine dieser Untergrundlevel, wo du diese, äh, äh, Roboterarme bewegen musst, oder sowas, einfach, das einfach rausnehmen, weil es einfach Schmutz war, richtiger Schmutz, wirklich, also, das war wirklich langweilig, aber auf der anderen Seite, das Finale alleine, wenn ihr das gesehen habt, von der Auffassung her, von der Optik her, was da passiert, was das Storymäßig abgeht, du, du bist einfach so geflasht und denkst dir, alter Scheiße, ich muss jetzt noch ewig warten auf den neuen Teil, und ich hab jetzt erst wieder gelesen, ja, wir sind am Anfang der, äh, 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 Planungen vom nächsten Final Fantasy VII Remake Teil, und du denkst, alter, wann soll denn das Spiel kommen? Jungs, Mädels, was, wann soll denn das Spiel kommen? Ich will weiter zurück, ich will unbedingt erleben, wie es weitergeht, weil, wie gesagt, ich hab bis heute mich nicht wirklich spoilern lassen, toi, 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 ähm, was, äh, im Original passiert, außer, halt, diese große Spoiler-Szene, was passiert mit einem Charakter, das weiß man so, wenn man sich mit Videogames beschäftigt die letzten Jahre, und damit aufgewachsen ist, jahrzehntelang, dann weiß man so, das weiß man, alles andere weiß ich nicht, und dementsprechend bin ich so gehypt auf den nächsten Teilen, und ich freu mich auch auf Final Fantasy XVI, ich bin so, auch dieses Jahr haben wir ja auch, äh, hab ich mit einem guten Kollegen ja Final Fantasy XIV auch gezockt, und so, ich bin gerade richtig, ich bin gerade wieder richtig drin, und was mich persönlich für mich selber freut, dass ich wieder mal, endlich wieder ein, äh, JRPG gezockt habe, endlich mal auch durchgezockt habe, denn viele Spiele dieser, aus diesem, aus diesem geilen Land, kamen die letzten Jahre, was ich nicht gezockt habe, ja, ich hab mir diese, ich hab mir vor kurzem SM-Sale Persona 5 Royale gekauft, ey, das geht über 100 Stunden, ich weiß nicht, ob ich es jemals spielen will, ich hab aber eigentlich richtig Bock drauf, ich hab auf Dragon Quest XI hab ich richtig Bock drauf, hab ich immer noch nicht gezockt, Nino Kuni 1 und 2 hab ich nie richtig durchgezockt, das sind so Spiele, die, ich weiß, 100%, Alter, die würden dir richtig gut gefallen, äh, aber ich hab's nicht gezockt, das hat sich durch, äh, YouTube nicht ergeben so richtig, ähm, und jetzt bei Final Fantasy hab ich's einfach durchgezogen, weil zu dem Zeitprogramm ja auch nicht so viel, viel wirklich raus, und es hat mir einfach Spaß gemacht, Mann, Final Fantasy VII Remake, mit den Charakteren, mit der Beziehung zwischen den Leuten, was da so storymäßig erzählt und was da storymäßig passiert, und wie gesagt, auch alleine, alleine wirklich die Bombast-Optik mit der Musik-Untermalung, Alter, in seinen besten Momenten, ich hab das schon, ich hab das auch im Let's Play am Fazit gesagt, ich hab mir das vorher nochmal reingezogen, äh, wie gesagt, gerade dieses Fazit, in seinen besten Momenten ist es so 10 von 10 mäßig, was da passiert, was da storymäßig abgeht, du bist richtig geflasht, vor allem, wie gesagt, wenn du nicht die originale Story kennst von damals, Alter, geil, ich freu mich extremst auf den nächsten Teil, und ich hoffe, wie gesagt, die nehmen dann so diese Abschnitte raus, wo gar nichts passiert, wo nix zum Beitrag der Story passiert, was langweilig ist auch, wie gesagt, diese Abschnitte in diesem Untergrund, Tunnel, da, mega langweilig, würde ich auch heutzutage, also auch heutzutage, ja, ein paar Monate später halt immer noch sagen, das war wirklich einfach übelst langweilig und scheiße, weil ich das so ein bisschen gezogen hat, also 3, 4 Stunden kürzer das Spiel, und es wäre, äh, es wäre noch viel besser, weil das waren so Abschnitte, die haben so ein bisschen, so einen kleinen Downer reingehauen, weil du, weil du halt, eigentlich zur nächsten geilen Story-Szene kommen wolltest, und was man auch sagen muss, ich hab ja alle Nebemission gemacht, auch die kann man sich eigentlich sparen, weil die wirklich allesamt übelst lame waren, aus meiner Sicht zumindest, ähm, bevor ich mich jetzt wieder im Kreis drehe, Platz 3, Final Fantasy VII Remake. Platz 2, Freunde, ist bei mir Ghost of Tsushima. Vorne, was ein überragendes Game, was ein überragend geil durchdesignendes Game. Wir haben mit Jin Sakai einen wirklich sehr, sehr coolen Charakter, wo wir seine Story erleben, wo wir ihn begleiten, auf dem Weg zwischen Gut und Böse, aus seiner Sicht Ehre oder Nicht-Ehre, diese ganze Sache, ähm, wie, wie das Ganze beschrieben wird, und das hab ich auch in dem Let's Play gesagt, ja, oder allgemein im Fazit, auch im Review, diese, dieses Feeling, was dieses Spiel gibt, durch diese überragende Optik, ja, das war wirklich für mich so der, eine, 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 also es ist vielleicht, vielleicht das bestdesignste, die bestdesignste Open World dieser Konsolengeneration, der letzten Konsolengeneration, keine Ahnung, kann man das so sagen, weil es, also die Welt ist so schön designt, dieses Feeling, dieser, 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 dieses Zusammenspiel aus Musik, aus Optik, aus Design der Welt, und, ähm, das ist wirklich einfach schön, was soll ich sagen, es sieht einfach mega geil aus, die Reise von Jin, sehen, und auch die Story, die nimmt immer mehr Fahrt auf, gerade so das Finale, wo du dich dann, wo du dich dann wirklich entscheiden musst, willst du dein Volk retten, willst du deine Ehre behalten, musst du gegen deine alten, äh, Sachen, also, diese alte Lehre, die du von deinem Vater, von deinem Onkel mitbekommen hast, willst du die einhalten, dann könntest du aber riskieren, dass dein Volk drauf geht durch den Mongolenangriff, aber willst du, willst du das aufgeben, willst du das beibehalten, dieser, dieser, dieser Kampf zwischen, zwischen diesen, dieser alten Ehresachen und der neuen, neuen, äh, Sache, die du eingehen musst vielleicht, damit du diese Bedrohung ausschalten kannst, das haben sie wirklich sehr gut rübergebracht, sie haben mir sehr gut das Feeling rübergebracht, finde ich, und ich hab ja ein paar Berichte darüber gelesen, was sagen die Japaner eigentlich zu der ganzen Sache, finden die, dass sie das gut gemacht haben, weil das sind ja nicht überwiegend japanische, äh, Entwickler gewesen, ähm, haben sie das gut rübergebracht, haben sie das gut erzählt, was das heißt, ein Samurai zu sein, und das ist halt so, das ist halt so der Punkt, dass, äh, was mir bei vielen anderen Spielen fehlt, wo du, keine Ahnung, einen Polizist spielst, oder ich hab das ganz gut verglichen mit dem Magi aus Assassin's Creed Origins, hier haben wir wirklich das Feeling rüberbekommen, äh, also, es hat uns richtig, äh, richtig erzählt das Spiel, was es heißt, ein Samurai zu sein, zu der damaligen Zeit, dass Ehre alles war für die Alten, Alteingesessenen, und dass du mit dieser Tradition brichst als Jin, oder halt nicht brichst, ja, du hast die Entscheidung zu gewissen Teilen, und das ist, äh, wirklich sehr interessant, wir haben ein überragend geiles Kampfsystem, was auch das mit anderen Spielen dieses Jahr verglichen, äh, einfach so, so geil war, du hast die Möglichkeit, so viele geile Gadgets einzusetzen, du hast ein überragend geiles Spiel, es macht einfach mega Bock, in ein Dorf einzureiten, gar nicht so Stealth, sondern wirklich reinzugehen in das Dorf, oder an die Tore des Dorfes zu gehen, und sagen, ey, komm, ich fordere euch erstmal heraus, alleine dieser Move, na klar, spielerisch ist das dann nicht überragend, oder so, du brauchst jetzt nicht übelste Skill, oder du brauchst jetzt nicht irgendwas erwarten von Komplexität, oder sowas, sondern du gehst da rein, forderst die Leute erstmal heraus, Slasher, drei, vier Leute weg, und danach geht der offene Kampf los, und du hast die Möglichkeit, mit Feilenbogen abzugehen, mit Shurikens, mit Kunais, mit deinem übelst geilen Katana-Schwert, und die Leute nacheinander auseinanderzunehmen, und es macht einfach Bock, es macht einfach Bock, auch nach 20 Stunden hat das Gameplay einfach immer noch richtig, richtig Bock gemacht, die Nebenmissionsstränge, ähm, mit den Charakteren, viele coole Charaktere dabei, ja, ich mein, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der Lehrer, der, ähm, seine Schülerin verloren hat, ähm, hier, die, die ihre Familie verloren hat, ich, ach, diesen Namen, ich um Namen immer, weißt du, ah, geil, äh, war geil, war nice, erzielt, hätte man ein bisschen besser noch machen können, ja, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan davon, von der Storyline am Ende der Nebencharaktere, ich find's aber, ich fand's aber richtig geil, dass du im ersten Akt kennengelernt hast, und deren Storylines im dritten Akt des Spiels beendet hast, dass sie dich begleitet haben, dass du wirklich das Gefühl hattest, du baust eine Beziehung zu denen auf, die kommen dann mit in die finale Schlacht, oder halt auch nicht, je nachdem, wie du dich entschieden hast, oder wie du gehandelt hast, ob die Storylines zu Ende gemacht hast oder nicht, und, ey, das Design des Spiels, ey, da gibt's keine Zweifel, dass es einfach überrangend aussieht, und das ist, glaube ich, wirklich nochmal alles, alles rausgequetschert aus dem PlayStation 4, und, ähm, ey, mega geiles Game, ich freu mich extremst auf den Nachfolger, es hat sich ja sehr, sehr gut verkauft, es hat sehr, sehr gute Bewertungen bekommen, es hat eine coole Story, es hat einen coolen Charakter, und, wie gesagt, das, was mir bei anderen Spielen fehlt, das haben sie die Welt wirklich sehr gut erklärt, und auch Jin Sakai, die Entwicklung von ihm, sehr gut, sehr, sehr gut, es hat einfach Spaß gemacht, also, wer das Spiel noch nicht gespielt hat, für mich persönlich, eins der besten Spiele des Jahres, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Freunde, und Platz 1, jeder soll das mittlerweile wissen, viele von euch haben sich das bestimmt auch gedacht, für mich persönlich, das beste Spiel des Jahres, Last of Us 2. Ja, es hat sehr viele Kontroversen gegeben, um das Spiel, durch die Leaks, und durch die Entscheidung, die die Entwickler getroffen haben, storymäßig, ich persönlich, ich hab das ja in meinem überlangen Review-Video schon erwähnt, ich persönlich, kann damit leben, ich bin nicht 100% zufrieden, ja, auch Monate später, würde ich nicht sagen, dass das die allerbeste Variante gewesen ist, wie sie es erzählt haben, dass sie es erzählt haben, was da passiert ist, ich will jetzt nicht spoilern, die meisten von euch wissen sowieso, worum es geht, eigentlich im Kern, was ich meine, genau, der Anfang gerade so, ich kann damit leben, dass sie es getan haben, wie sie es getan haben, und so, darüber lässt sich gerne streiten, aber für mich persönlich, hab ich mit Last of Us 2, ein Spiel bekommen, was, also mich zum Nachdenken gebracht hat, worüber man mit vielen Leuten diskutiert hat, und das ist wirklich, das, das muss man dem Spiel lassen, es hat sehr viel, also es hat für sehr, sehr viel Gesprächsstoff, wie nennt man das, gesorgt, ob jetzt negativ, ob es positiv, für mich persönlich positiv, das Gameplay hat sich auf jeden Fall im Vergleich zum Vorgänger verbessert, es ist nicht das allerbeste Gameplay, also das möchte ich auch mal sagen, es ist nicht das allerbeste Gameplay, es ist auch nicht das allerbeste, Z-Woot-Systeme oder sowas, aber es macht einfach Spaß, sich weiter aufzubauen, es macht mehr Spaß zu kämpfen, finde ich persönlich, die Animationen sind auf dem absoluten Top-Level, mir fällt jetzt auf Anib kein Spiel ein, was die Charaktere realistischer wirken lässt, als hier Last of Us, also die Animation, die Gesichtsanimation, vor allen Dingen die Gesichtsanimation, Alter, das hat mich teilweise in gewissen Momenten, in gewissen emotionalen Momenten, nur durch die Mimik der Charaktere, so gekickt, ey, wenn man genau wissen will, was ich jetzt meine, dann muss man sich die Rival reinziehen, ich will jetzt niemanden spoilern oder sowas, aber gerade so eine der letzten Cutscenes zwischen zwei Charakteren, ich hab das auch im Video erzählt, ich hab das in den Reviews, im Video selbst und in den Reviews, glaub ich, auch erwähnt, nur durch die Cutscenen, durch die Mimik des Charakters, dass er fast anfängt zu heulen und so weiter, alles hat mich richtig gekickt und es hat mich wirklich mitgenommen, ich finde das Spiel, auch aus der heutigen Sicht, ein Ticken zu lang, gerade so der Abby-Abschnitt, ist schon ein Ticken zu lang, finde ich, allgemein das Spiel, könnte mal drei, vier, fünf, schon vielleicht sogar kürzer sein, ein bisschen gerafter noch, aber in seinen stärksten Momenten, Alter, muss ich sagen, also teilweise, was da abgeht, storymäßig überragend, überragend teilweise, nicht 100% perfekt, so, ich würde niemals sagen, dass das Spiel perfekt ist, auf keinen Fall, auch Abby, so die Entwicklung zwischen den beiden, zwischen Ellie und Abby und so der ganze Werdegang zwischen beiden, wie entwickeln sie sich, was ist deren Charakterentwicklung, ich persönlich, für mich persönlich, hat es funktioniert, es hat geklappt, dass mich das überzeugt hat, dass mich das vor allen Dingen unterhalten hat und mitgenommen hat, in seinen besten Momenten und ey, das ist ein Spiel, von mir aus, ey, wenn ihr nicht damit cool seid oder sagt, ey, ne, für mich hat das nicht funktioniert, wie die Entwickler, die Entscheidung getroffen hat, aber man muss einfach so lassen, Optik, Grafik, unfassbar geil, da kann man nichts dran ermitteln, es geht einfach nicht, die musikalische Untermalung wieder überragend, wie gesagt, die Animation, geil, Gameplay geht noch besser, es geht noch besser, ja, und die KI auch teilweise, der Gegner geht noch besser so, aber da haben sie sich im Vergleich zum Vorgänger verbessert, die Charaktere, die um Ellie drumherum sind, Dina und so weiter, finde ich sehr, sehr gut geschrieben, die Dialoge zwischen den beiden und zwischen den ganzen anderen Charaktere, ey, mir hat das Spaß gemacht, mir hat es einfach Spaß gemacht, es ist einfach ein Spiel, was, ich finde, im Zusammenhang mit dem ersten Teil, sollte man das gezockt haben zumindest mal, oder sollte man sich das zumindest mal reingezogen haben, diese beiden Spiele, denn sie haben wirklich eine, die haben wirklich coole Charaktere geschaffen, eine coole Welt geschaffen, und, ey, das Spiel, ich werde auf jeden Fall die nächsten Jahre noch dran denken, spätestens, also mindestens bis zum dritten Teil, der kommen muss, der kommen muss, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, aber, ey, ey, für mich persönlich das beste Spiel des Jahres, was soll ich sagen, ich, wie gesagt, ich habe da, ich habe glaube ich eine Dreiviertelstunde nur ein Review-Video gemacht, also zieht euch das nochmal rein, deswegen will ich jetzt nicht hier komplett wieder ausatmen, aber für mich das beste Spiel des Jahres, auf jeden Fall, emotional, was da abgegangen ist, und die Szenen teilweise, krass, 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 einfach krass, wirklich, also, heftig, nicht perfekt, auf keinen Fall perfekt, auf keinen Fall perfekt, und, ähm, äh, Spiel, was dieses Jahr wirklich einige, einige beschäftigt hat, denke ich mal, ob jetzt positiv oder negativ, das muss man dem Spiel auf jeden Fall lassen, es hat polarisiert, und, ähm, äh, für mich aber, bestes Spielerlebnis des Jahres, bestes Spielerlebnis des Jahres, auf jeden Fall, so, das war meine Top 20 des Jahres, nochmal zur Erinnerung, Platz 20, Fall Guys, Platz 19, One Piece, Palm Warriors 4, 18, Neo 2, 17, Sackboy, A Big Adventure, 16, Dreams, 15, Doom Eternal, 14, Dragon Ball Z Kakarot, 13, Gears Tactics, 12, Marvel's Avengers, 11, Call of Duty, Black Ops Cold War, 10, Resident Evil 3 Remake, 9, Crash Bandicoot 4, 8, Assassin's Creed Valhalla, 7, Mafia 1 Remake, 6, Cyberpunk, 5, Spider-Man, Miles Morales, 4, Demon's Souls, 3, Final Fantasy Remake, 2, Ghost of Tsushima, und Platz 1, Last of Us 2, ich habe ja schon am Anfang des ersten Videos gesagt, für mich ist es nicht das beste Spielejahr, auch wenn ich jetzt nochmal Review passieren lasse, und wenn ich mir so die Spiele reinziehe, zu welchen Spielen würde ich sagen, Alter, das muss man gespielt haben, zu den wenigsten, wirklich so, wo ich sagen muss, Alter, das sind Spiele, die musst du gezockt haben, davon gibt es natürlich auch, natürlich im Jahr relativ wenige, also im Großen und Ganzen, wir haben schon ein paar coole Games, und wie gesagt, ich habe ja nicht alle Spiele des Jahres so gespielt, die cool waren, aber wir haben schon bessere Spielejahre gehabt, gerade auch so in Next Gen Sachen, Spiele, die dich so richtig begeistern, durch die Next Gen haben wir wenige gehabt, klar, viele Spiele sind besser gewesen auf der Next Gen, Spider-Man hat davon profitiert natürlich, Demon's Souls haben wir als Next Gen Spiel, und auch Assassin's Creed natürlich hat mehr Bock gemacht, auf der Next Gen Konsole, als auf der alten, aber so, so das richtige Next Gen Feeling ist zum Beispiel noch nicht eingetreten, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht hatten viele von euch auch Pech gehabt, dass sie keine abbekommen haben, das Playstation 5 oder Xbox One, Xbox Series X meine ich, aber so das richtige Next Gen Feeling zum Beispiel hat gefehlt, man war gehypt so, auf die neuen Konsole, und man hat sich sehr gefreut, und sie sind da, und sie machen Spaß, aber das hat mir zum Beispiel gefehlt, und auch viele Spiele haben so ein bisschen enttäuscht, Cyberpunk hat ein bisschen enttäuscht, SSC Creed hat ein bisschen enttäuscht, für das, was möglich gewesen wäre, aber ein großes Ganze haben, coole Games bekommen, auf jeden Fall, ich hoffe, nächstes Jahr wird einfach besser, ich hoffe, einfach nächstes Jahr wird ein bisschen besser, wie gesagt, schon erwähnt, ich glaube, viele Spiele davon haben auch ein bisschen, oder wurden ja auch verschoben, wegen der Pandemie dieses Jahres, und viele sind wahrscheinlich auch, dementsprechend nicht wirklich 100% fertig geworden, vielleicht deswegen, wird vielleicht ein Grund davon sein, aber, ey, das ist einfach geil, das ist einfach geil, das ist einfach, trotzdem geil, gerade so die, die Top 5, 6, 7, sind schon in den Spielen, die haben mich wirklich begeistert, ne, also, Freunde, das war's, danke fürs Zusehen, ähm, ja, checkt auf jeden Fall auch die Most Wanted Liste ab, die wird wahrscheinlich schon am Start sein, wenn dieses Video, äh, erscheint, ja, weiß ich nicht genau, ich denke aber schon, weil ich jetzt hier die Top Liste eigentlich relativ hintereinander aufgenommen habe, ähm, damit ich das abhake, damit ich mich nicht wieder hin und her, um, 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 und, äh, also, checkt es ab, checkt die ganzen anderen Videos ab, ich freu mich schon auf 2021 Gaming mäßig, ähm, und, ja, das war's, also, wenn ihr das Video hört, ist vielleicht schon Neujahr, ich glaube, kann das sein, wenn nicht, wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr, dass es euch gut geht, passt auf euch auf, bleibt gesund und, äh, bleibt den Kanal auf jeden Fall erhalten, würde mich freuen, danke fürs Zusehen, lasst nochmal gerne eine Bewertung da, und wie gesagt, gerne nochmal eure komplette Liste in die Kommentare ballern, das war's jetzt aber wirklich, haut rein, tschüss.